Aber es interessiert mich halt nicht. Also es ist halt so eine Aufgabe. Ja, der passt schon. Muss ich den auch retten jetzt hier? Ach, den muss ich gar nicht retten. Ach so. Wo ist der andere? Ja dann. Ab nach der hinten, Batman. Ja da, ich muss noch... Ich glaube, die beiden reichen schon jetzt. Weil die im Wasser sind ja schon... tot ein bisschen. Oder halt leben nicht mehr ganz so viel. Wie die anderen Lebenden. Danke, Batman. Danke. Bitte. Hulle. Nach der hinten vielleicht gehen? Hoffentlich. Ja, schön wär's. Das könnte einstürzen. Nee, tut's aber nicht. Gut. Dann gibt's hinten einen Ausgang. Hier werde ich mal kurz ein... Blick gewähren in den Ausgang. Oder halt... Ich werd mal die Tür aufmachen. Ah, da kann ich rein. Oh, das ist schön. Hm. Bewaffnet? Ach nee, bloß ein Lichtstrahl. Sie benutzen Wärmesichtgärte. Wärmesichtgeräte. Wärmesichtgeräte. Jeder, der eines trägt, wird in der Lage sein, mich im Dunkeln zu sehen. Im Dunkeln? Na, dann mach's Licht an. Keine Sorge, Mr. Kappelpott. Wir haben alles im Griff. Ah, bewaffnet auch noch. Hey, leck mich doch am Arsch. Das will ich dir auch geraten haben. Batman ist auf dem Weg. Und er sah vorher nicht gerade glücklich aus. Oh, doch. Ich bin immer glücklich. Bei dir und den Jungs kommt er nicht vorbei. Ja, doch. Der Anzug ist in Sicherheit. Sag den Jungs, ich lege für denjenigen, der ihn mehr Leben bringt, nochmal 100.000 drauf. Eckendeckung. Deckendeckung. So gut wie er liegt. So, wie machen wir das jetzt? Zuhören. Pinguin will Batman lebend haben. 50.000 für denjenigen, der ihn fängt. Da oben sind also zwei Stück. Hörn her mit dem Geld. Er gehört mir. Nicht, wenn ich ihn zuerst sehe. Ach nee, ich glaub, doch, das sind... Der Durchkommt wird keiner bezahlt, Kanäle. Schützt den Anzug und sichert die Tür. Sind das zwei? Nee, das sind nicht zwei. Ach, eigentlich ist ja nicht so... Nee, das fällt auf, wenn ich hier das Ding raufsprühe, glaub ich. Sprühe? Das fällt echt nicht auf. Ist ja geil. Vielleicht sollte einer von uns den Anzug anziehen. Was? Da bist du ja... Okay. Seien Sie leise. Dann sind Sie sicher. Mir wurscht. Töten. Schalt den aus. Schalt den aus. Schalt den aus. Schalt den aus. Aus schalten. Äh, Batman. Komm, ausschalten. Jetzt ist der hier. Also, ich glaub nicht, dass es was wird jetzt. Ich hab schon mal zwei weg. Das ist nicht schlecht. Aber die sehen mich im Dunkeln, natürlich. Zwei weniger. Ja, könnte eigentlich klappen. Wird aber einfach unglaublich, ähm... Ja, schwer. Zersteckst du dich im Dunkeln. Was? Ja. Ängste. Hört der... Hören das die, wenn das passiert? Ich glaub nicht. Geh weg da. Mein Gott, Batman. Wo steckt ihr? Zersteckst du dich im Dunkeln. So. Ah. Granate. Auioioi, Granate. Ach, deswegen. Vorsicht, Batman. Oh Gott. Leute, bewegt eure Hände. Ah, ja. Sofort. Ah. Das war jetzt grad nicht so schlau. Aber gut. Hörst du mich? Mach auf. Du stirbst mir nicht. Ihr verarscht uns nur. Wie macht er das? Ja, ich bin halt cool, ne? Also, wieder einer erledigt. Schön. Dann kann ich da oben rein und raus gehen anscheinend. Ja, das ist wirklich gut. Ich könnte jetzt hinter die gehen, aber das wäre ein bisschen zu riskant. Und werde deswegen mal... Ah, ich hab doch da so ein Spray liegen. Jetzt bist du wohl meine Geisel. Sie nehmen Geiseln. Ich muss unsichtbar bleiben, um sie zu retten. Hm. Ich könnte jetzt was probieren, aber das mach ich, glaub ich, nicht. Wir haben Geiseln. Bleib ja weg von uns. Wo ist der andere? Ach, das passt. Den nehm ich jetzt gleich. Oder können die... Ne, die sehen mich nie im Leben, wenn ich da runtergehe. Dreh dich um. Du willst dich im Dunkeln verstecken. Viel Glück. Dreh dich um. Dreh dich um. Yeah, man. Ich bin lautlos wie eine Katze. Ich bin hinter dir, Bitch. Und jetzt bin ich da oben. Ha. Also das wird doch was schnell was, hey. Wenn du mich dich in Ruhe lässt, mach ich die Geisel geist. Also der oben mit der Geisel kommt als letztes. Du verlierst die Leute. Ich hab noch da mein Ding liegen, aber ich glaub das trifft gar keine, wenn ich das jetzt zünde. Deswegen werde ich gleich mal den Typen da angreifen, ganz schnell. So, der Batarang, der fängsteuerte. So, Beeilung, Batman. Beeil dich, Batman, komm, hey. So, schönes Ding. Und jetzt wieder mal kurz nach da hinten gehen, Deckung suchen, Lage checken und dann mal... Ja, weg von mir, Batman. Wenn du näher kommst, dann leg ich den Kerl um. Ja, ja, ja. Passt schon. So, ich brauche hier meinen Batarang, den ich gerade nicht schießen kann. Schön. Ja, dann halt nicht. Das kann jetzt ein bisschen Ding werden. Entweder ich kann bloß... Ah, ich kann bloß das zünden. Okay, das ist auch gut. Bitte bloß das da vor mir. Ich kann das Explosiv-Gel nicht bei den Geiseln zünden. Gut. Bleib ja weg von mir, Batman. Dann lass es doch. Ja, ja, passt schon. Ich kann ja um die Ecke schießen, das ist ja das Geile. Ich brauche bloß ein bisschen näheres Ding. Ich kann da auf jeden Fall hinschießen. Hey, was soll denn das? Mach ich halt ganz langsam. Ja, also wenn ich den nicht treffe... Wenn ich das tue, tötet der Geiselnehmer seine Geisel. Was war denn das für eine Scheiße? Ja, und dann geht der weg. Ja, genau so ist es. Dann machen wir es halt anders. Dann wird auf jeden Fall irgendwo, irgendwie über ihm was sein. Was ihn dann, ja, tötet oder halt so in der Art Decken-Eckung. Und noch du, Kleiner! Bleib weg, sonst gibt es Tote! Ja, und wie will ich das machen, Ätzer? Ah, da hinten ist der Anzug. Okay, das ist nicht schlecht. Der Anzug da hinten, der da. Genau. Hm. Ah, ich könnte doch mal hier den probieren. Nee, nicht den. Auch nicht den. Ich will an die Fassade ran springen. Und ihn dann runterziehen. Das wäre mal ein schöner Versuch. Fünf weniger. Es sieht nicht gut aus, Jungs. Runterklettern. Ja, mach drei einfach, mein Gott. Gehst du runter? Batman, also, hallo. Aber nicht hochgehen? Haha. Ja, so geht's doch. Natürlich geht es so nicht anders. Wunderschön. Da oben ist auch eine Trophäe. Ach, die ist für Catwoman, glaube ich. Wenn die so in der Art... Ah, ja. Dachte ich mir. Dann ist die für Catwoman, die Trophäe. Bis auf den Anzug keine Spur von Freeze. Ohne ihn überlebt er nicht. Ohne ihn überlebt er nicht. Ich muss ihn finden, bevor es zu spät ist. So. Dann nochmal den... Hey, wo steckst du, Batman? Ja, hier bin ich, mein Gott. Ich bin hinter dir. Ja, jetzt red doch mal mit denen. Ich hab gesehen, wie du aufgeräumt hast. Wahnsinns Arbeit, Mann. Ja, ich hab ein Besen. Ich bin Tom, Tom Miller. Sie gehören zu Gorbens, als er zum Konto hat, ihre Akte gelesen. Hast du? Ich mein, natürlich, Sir. Hast du? Koppelpodd hat diesen Ort in eine Festung verwandelt. Wir müssen von irgendjemandem verpfiffen worden sein. Wir wurden geschnappt, anschließend hergebracht und dann gehörig verdroschen. Sie sind sicher. Jetzt gelten nur noch zwei Personen als vermisst. Was ist mit der Iceberg Lounge? Koppelpodd hat uns gerne dorthin gebracht, um uns weiter zu verprügeln. Wenn du Glück hast, findest du sie dort. Er bringt sie gerne dahin. Okay, zuhören. Nur nochmal zur Info. Batman hat unsere Ärsche gerettet. Da hinten war Fan ohne Ende. Was hat Batman? Eine Rauchbombe. Was ist mit dem kleinen Bastard, der uns das angetan hat? Ich will Rache. Ich will Rache. Wo muss ich hin? Und warum? Ah ja, cool. Dann geh ich mal dahin, denke ich. Aber ich finde jetzt, das Ausschalten war jetzt eigentlich ganz schön geglückt für mich. Auch wenn ich anfangs so, ja, brutal vorgegangen bin. Es war trotzdem... Ah, da ist es, oder? Ne, es ist nicht. Gut. Es war trotzdem eigentlich... Es war ein Erfolg. Es hat, ja, nicht ganz so lange gedauert, wie es eigentlich nicht dauern sollte. Da will ich nicht rein. Das ist ein Rätsel. Das ist mir wurscht. Deswegen, äh... Ja, ich bin damit zufrieden, denke ich. Ah, nach da hinten muss ich... Ah, okay. Hä? Wo nach da hinten? Nach da hinten? Da hinten? Ja, wirklich, wo? Ich dachte, da kann ich noch nicht rein. Scheiße. Hast du die anderen schon gefunden? Ne, ne, nein. Ach ne, das tanze ich wieder. Badclaw, mein Gott. So, dann mal da hinten hin. Dass ich mal auf die andere Seite kommen kann. Weil da hinten geht's auch... Hat da sich hinten... Da hinten sich auch so ein... Ähm... Äh, äh, äh. Genau. Da hinten sich nämlich auch so eine Vorsprungsanlage-Tür. Ah, ja, gut. Geht sogar. Weil man da vielleicht dann irgendwas freischalten kann, dass man weitergehen kann. Was ist da drin gewesen? Bloß eine Tür. Gut. Da sind alte Pflanzen. Das ist auch gut. Ah, da muss ich aber nicht hin. Komm, Werden. Wir sind hier. Hast du Angst, kleine Fledermaus? Woran wartest du noch? Ja, hast du Angst, oder was? Komm schon! Komm, Baden. Wir sind hier. Aber wo will ich damit hin, eigentlich? Ich kann's eh nirgendwo hin tun. Also muss ich da gar nicht lang. Komm schon! Ja, ja, passt schon. Eisdichtmessgerät. So ein Schmarrn. Dann muss ich echt da hinten hin. Irgendwo hin. Ja, das stimmt sogar. Ach, ne, geh weg da. Wo wartest du noch? Scheiß, Steuerung. Ah, deswegen kann ich jetzt da lang. Okay, gut. Weil sonst hätte ich die ja vergessen, die anderen drei Geisel gefangenen Typen. Ah, wunderbar. Komm, Batman. Hallo, Batman. Ich weiß, dass du es bist. Was ist? Bist du endlich manz genug, mich zu suchen? Natürlich doch. Komm her. Du Arschloch. Der schießt mich an. Das gilt nicht. Das bringt nichts. Die Waffe ist zu stark. Die einzige Person, die ihre Schwäche kennt, ist Freeze. Freeze. Halt still, Batman. Ich bewege mich doch gar nicht. Also, von stillhalten kann doch nicht so viel die Rede sein. Ey, ja, du... Depp, ha? Jetzt muss ich da wieder warten. Ach, ist das schwer. Mein Gott. Halt still, Batman. Ich bewege mich. Er sieht mich doch gar nicht. Hilf mir. Ja, ja, ich helfe dir schon später, wenn ich dann beim Essen brauche. Die Eissschüsse sind zu stark. Ich muss Freeze finden. Vielleicht weiß er, wie man gegen seine Waffe ankommt. Ja, ich weiß doch nicht, wo Freeze ist, du Arschloch. Deswegen suche ich doch gerade hier. Nach dem richtigen Weg. Du kannst nicht gewinnen, Batman. Du kannst nicht vorbei. Ah, nee, der kann da nicht runterspringen. Natürlich nicht. Nein. Das war bloß ein Witz. Ich wollte da gar nicht runterspringen. Nein. Natürlich nicht. Wo ist Freeze, Arschloch? Ich muss der Pinguin nicht zuschlagen. Ich muss irgendwie seine Waffe ausschalten. Vielleicht kennt ihr Erbauer die Antwort. Und er hat so einen magischen Schutzschild um seinen hässlichen, fetten Körper gewickelt. Natürlich. Aber wo ist Freeze? Ach, da geht's noch in einen anderen Raum. Okay. Cool. Dann mal dahin gehen, zum anderen Raum. Ja, ja, geh weg. Ist es da? Eigentlich, dann ist es unter mir. Halt still, Batman. Ich will bloß da runter, du Arschloch. Das bringt nichts. Die Waffe ist zu stark. Die einzige Person, die ihre Schwäche kennt, ist... Ah, der zielt auch noch auf mich, hey. Okay, ich kann da unten nicht hin, anscheinend. Wo sind hier bitte drei Gegner? Drei Stück. Da standen noch drei Gegner. Du kannst nicht gewinnen, Batman. Wo ist Freeze? Wo ist Freeze? Stehen gleich. Komm, Batman. Wir sind hier. Ah, es war richtig. Okay. Das freut mich, wenn es richtig war. Ja, ich hab noch ein bisschen Zeit. Äh... Welche Insassen? Weiß ich nicht. Ah, verstorben. Ach, der Ah. Ach, der Ah. Komm schon. Ja, wohin denn? Unbewaffnet. Zwei Unbewaffnete dahinten. Weiß ich nicht. Komm, Batman. Ja, ich komm noch schon. Wo ist's? Hier. Wer ist da hinten hier? Ah, da hinten ist hier. Das ist gut. Ja, komm unbewaffnet. Also, die kann ich doch mal in der Pfeife rauchen. Ohne Tabak und ohne anzuzünden. Rauch ich die in der Pfeife, ne? Ja. No, no. Komm, Batman. Wir sind hier. Da war ich doch schon mal. Ja, hast du Sinn oder was? Ah, bin ich blöd. Hey, was macht er? Ne, was macht er? Irgend so'n Computer-Dings. Das ist kein Computer. Das ist ne... Weiß ich nicht. Irgendwas dämliches. Komm schon. Hast du Angst, kleine Fledermaus? Ja, ich hab Angst. Haha. Rauchbombe. Worauf wartest du noch? Wie hat er das gemacht? Ja, mit meinem Kopf. Ah. Super Ausschalt-Move-Ding. Einschalt, ne? Und der auch noch. Komm. Und sein... Ja, Fuß brechen und ihm ins Gesicht schlagen mit seinem Fuß. Und dann noch seine Schulterjucken, Kratzen, Dingen machen. Ah, hier könnt Freeze sein. Kommando, Zentrale. Schaut gut aus. Und dann mal Stufenaufstieg. Hugsichere Weste. Panzer-Herungs-Ding. Wie einmal Sieg-Natur-Tarnung? Was ist das denn? Was ist das? Oh. Na, das ist ja doof. Ne, das ist doof. Also, das gefällt mir nicht. So, Schockwinn-Angriff brauch ich auch nicht. Ich brauch den Kampfpanzer. Eingabe verbessern. Bast verbessert. Und ja. Es hat gespeichert. Hm. Weitermachen oder nicht weitermachen. Nehmt nochmal drei, mein Lord. Ach, wie spät haben wir es denn eigentlich? Ach, eigentlich könnte ich aber... Ach, warum nicht? Dann mache ich gleich wieder weiter. Wenn ich mal eine kurze Pause und einen kurzen Break einlege. Bis zum nächsten Mal. Abonniert doch bitte meinen Kanal und die super Suchtis, wenn euch das gefällt. Danke fürs Zugucken. Bis gleich. Ne, tschüss. Ne, ne, ne. Ne. What's she? Hähä! 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 Untertitelung des ZDF, 2020